Alle, die ihn gekannt haben, die können nicht vergessen. Er hat so Außergewöhnliches geleistet. Er war seiner Zeit so weit voraus. Eine historische Gestalt, die also bei sich den Nobelpreis des Gläterns vielleicht verdient gehabt hätte. Nierenstark! Ja! Der Wolfgang demonstriert, als wäre es die Hangwaage. Und er wird Dinge machen, wo andere sagen, das ist ja verrückt. Aber ohne, das sind die Verrückten, die die Welt verändern. Jetzt! Der Muskus und der Lassissimus-Dorsi am Ende ihrer maximalen Kraftentwicklung. Und dieses Trainieren war etwas, was jenseits von Kudepose war. Er hat Übungen gemacht, wo man gedacht hat, das ist nicht möglich. Hier sieht man die drei Athleten, die sich trainieren. Die Letzten zieh es doch mal auf und hält sie! Halten, 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 halten! Ja, der Nehmann, ich bin voll im Übersäuerten. Wir schauen, welche maximale Wiederholungszahl du damit schaffen kannst. Wir bitten zur Kasse! Wir bitten zur Kasse! Quat der Kasse! Die Lassissimus-Dorsiarsch studios, in der Kasse! Sie Negative 1, 2, 3 Kasse! Sie müssen sich mit der Kasse! Sie müssen sich mit der Kasse! Vielen Dank.